Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zum Bausimulator 15, wieder mit dem Dino. Hallöchen. Ja, diesmal wieder Randnurre zu zweit. Wir haben ja das letzte Mal hier, sind wir ja hingekommen in unserer Stadt. Dann haben wir jetzt einen Muldenkipper, da haben wir jetzt auch schon einen guten Auftrag bekommen, aber oben steht sogar schon Rechtsversion 1.0.3, da gab es scheinbar noch mal einen Patch. Okay, können wir ja gespannt sein, ob es da immer noch so umpackt. Wir gucken uns nämlich den Auftrag Maternien Ferienbungalow an. Besorge viermal große Ziegelsteine, also ich nehme es erstmal an, dass du es erst siehst. Ja, das wäre nett, wollte ich gerade sagen. Ja, wie gesagt, wir sind auch erstmal zu zweit unterwegs, zu viert, das war ja das heillose Chaos gewesen. Ja. Und ich denke mal, zu zweit läuft das auf jeden Fall um einiges besser, beziehungsweise werden wir dann auch am Wochenende, wenn Clicky da ist, versuchen natürlich auch mit Clicky ein bisschen aufzunehmen. So, aber gut, erstmal zurück zum Auftrag. Also, besorge vier große Ziegelsteine und Tone von einem Baustoffwässer und sonst in der Ladung im markierten Bereich. Mhm. Schön, dass die Baustelle am Arsch der Welt ist. Also wir brauchen erstmal, wir bräuchten erstmal den Britchenwagen. Wir bräuchten erstmal richtig den Britchenwagen. Vier, sechs, und dann müssen wir sieben Wasser aufladen. Das geht auf jeden Fall auf den Großen drauf. Jupp, deswegen steck ein. Ups. Und drinnen ist er. Durch die Tür gehüpft. Alles kalt hier ist. Achso, äh, Richtung Firma fahren wir jetzt nicht, oder? Äh, aktuell noch nicht, ne. Erstmal zum Baustoffwässer. Weil wir haben ja da den wunderschönen Muldenkipper gekauft. Äh, ne, der stand gerade hier auf dem Hof. Ist es den roten, wenn du hier links guckst? Ne, der Muldenkipper, wo wir gerade dort standen. Jaja, den, what the fuck. Das ist ja kein Muldenkipper, das ist ein Containerwagen hier. Ne, der Muldenkipper stand ja gerade, wo wir losgefahren sind auf dem Dings, auf dem Firmengelände. Da steht er auch noch. Da stand er ja noch. Wir waren aber gerade beim Händler nicht auf dem Firmengelände. Richtig, aber wir haben ihn ja beim Händler gekauft und sind ja beim letzten Mal nicht aufs Firmengelände gefahren. Sprich, wir haben ihn ja beim Händler stehen lassen. Ja. Deswegen bin ich ja dort gespawnt. Und jetzt wo ich stehe. Und da stand er jetzt noch. Da stand er jetzt noch, richtig. Ja. Und weil du ständig sagst, er stand noch auf dem Firmengelände. Ich habe gesagt, ich stand beim Händler. Ne, du hast immer beim Firmengelände gesagt. Echt? Ja. Deswegen habe ich dich jetzt gewundert. Ne, er steht noch beim Dings. Kann er sein. Du weißt, wo wir hin müssen? Ja, ja. Ich gebe erst den Dings los drauf. Jetzt geht das. Was denn? Die Hube. Weil die Hube ging grad nicht. Ach, die muss man jetzt gedrückt halten. Ah, das war. Okay. 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 Durch die Stadt mit 13 Bildern. Aber bei mir ist chillig. Von Bildern her. Ja? Ja. Ja. Aber jetzt geht es auch wieder drauf. Wie gesagt, es sind halt immer nur einige Stellen, die so... Hast du hier eine FPS-Anzeige in-game? Bei Gamecaster, klar. Ja, Gamecaster. Ich nehme mal mit Broadcaster auf. Weil ich halte ja meine Fratze in die Kamera. Weißt du? Ja. So. Schichtsfasching. Schichtsfasching. Boah, Alter. Oh, das war ähm... Ja, super. Das war eine Laterne. Ja, ja. Kann sich einfach die Laternen hier wegbouncen. Können die näher? Ich hatte grad wieder hier irgendwas... Irgendeine Errungenschaft gekriegt. Oh, schön. Ah, hier sind wir schon... Ah, hier. Ort entdeckt. Baustoffhändler. Okay. Warte, ich geh einkaufen. Ich geh einkaufen. Ist ja alles geil für hinterlegt, was wir brauchen. Ziegelsteine, Ton. Wie viel? Zweimal, ne? Ne, viermal. Gut. Einkaufen. Damit ich hier auch mal ein bisschen Geldlos wäre. Da... Ach ne, das zieht's eh bei dir ab. Was brauchten wir noch? Ach hier. Bitum. Einmal. Und... Große Ziegelsteine. Zweimal. Auch viermal? Gucken wir den Auftrag an. Zementsack. Zweimal. So, warte mal. Ich glaub ich hab eigentlich alles gekauft. Wo... Wo... Ach da vorne. Oh. Machst du mit dem Kran, ich mit dem Gabelstabler? Ich hab zu viele Ziegelsteine gekauft. Zwei, vier, sechs, acht... Ja, ich hab zu viele Ziegelsteine. Naja, egal. Willst du mit dem Kran machen? Ja, dann mach ich mit dem Gabelstabler. Hm. Hm. So, schauen wir mal. Das gute Stück hier mal ausfahren. Ups. Müsst du nur die Drehgeschwindigkeit vom Kran müsste etwas schneller sein, dann wär das Teil echt top. So. Hm. Irgendwas. So, das stellen wir gleich mal hier drüben ab. Zack. Sehr schön. Sehr schön. Wie heißt denn dieses Spiel, wo man dieses Hotel bauen muss, wo man immer so Block auf... äh... so... so... so Block auf Block setzen muss? Irgendwas mit Tower. Ich weiß es auch nicht so richtig. Aber da. So, schon absetzen. Denk dran, nur viermal, also zweimal Ziegelsteine habe ich schon verladen, ne? Ach, du hast sowieso den Beton. Ach, du hast sowieso den Beton. Irgendwas blaues, was das immer sein soll. Beton. Beton? Ja. Beton in, äh, lockerflockischen Säcken. La, 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 la. Ui! Ui! Du hast die Klappe hochgebounced. Bei mir nicht. Na doch, die Klappe ist nach oben gegangen. Hä? Wie gesagt, bei mir nicht. Und jetzt geht sie wieder runter. Hä? Weil das Ding hängt da fest. Wow! Hahaha! Nice! Du darfst, glaube ich, nicht so dicht dran fahren oder so. Guck, ob das hier funktioniert. Du durfte theoretisch auch. Ne. Ähm, wie war das mit dem Haken drehen? Ah, hab's gefunden. höchste konzentration jetzt hier dann einmal betum zweimal betonhammer das ist gut jetzt warum nur noch zweimal ziegel und dann haben wir es hier komme ich sogar auch noch an erinnern so man den da hinten rein platziert bekommen ein bisschen sich ernsthaft machen oder das funktioniert hat mir übrigens gezeigt ich kann den auch noch mal weg nehmen und hier vorne hinstellen das beste ist die schlösschen vielleicht hier unten oder warte mal warte hinten hast ne ne geht nicht warte jetzt ne geht nicht ok ich stelle den am besten hinten ab wo wir die hälfte wieder verloren haben ne so so dann schauen wir mal hier mal aber zu viel gekauft die gasten müssen wir dann nie wieder rein das ist schon doof du kannst den armer noch mal so einklappen ne ja mach ich ja schon aber da ist ja ein schlag oben und jetzt müsste ich halt dann aber so passt es auf jeden fall ach ja dann runter damit ok kannst du verzorren sehr schön zack einmal zu machen gerade in ausgangsposition stützen waren wie ue achja wo eigentlich passt das so ich habe mich jetzt auf zur baustelle ich müsste dir noch separat markieren oder die ist bei dir schon markiert ich habe mir ja ein händler hier markiert so zur baustelle ist einfach wieder den grünen pfeil zurück oder falls ich mal irgendwann falsch versagt bescheid ja ja ich hoffe bei dir ja noch mal kehrt sein ja schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal aber der sound ist irgendwie viel leiser oder kann das sein bei mir fliegen wir grad gut wenn du es nicht kommentiert unglaublich wie fest die ladung gezorrt ist das hat er gut gemacht wieso macht denn der sowas so er ist in den ki fahrzeug reingefahren aber so krass wusste ich da ja man muss wirklich sehr sehr vorsichtig und langsam fahren meine lieben freunde ok ähm wir müssten ähm was müssen wir da jetzt holen gar nichts guck mal leid guck mal leid aber die ladung hast du sehr gut verzorrt also die hat sich keinen millimeter bewegt das ist ja schon mal sehr gut kann du nicht drück setzen aber immer laden hinten drauf an das ist mit ihr manchmal da geht's ja macht man das so und jetzt aber schön gemütlich fahren wir jetzt zurück guck an das auch schon grün einwandfrei sehr gut sehr gut ich wollte nur mal zeigen wie du im notfall das fahrzeug dann auch wieder naja gut auf jeden auf jeden links von uns siehst du das schöne Wasser oh ja wunderschön wirklich wunderschön es ist es so wichtig dass wir hier so die ganze zeit auf der straße ja ja das ist richtig süß da was müssen wir eigentlich mit dem multen kippern holen das ist ja bestimmt dann abschnitt 2 oder 3 oder sowas ach kies ok und wie viel klick ihm hinter ich glaube 4 kubik klick ihm hinter aber irgendwie trotz dieser riesigen Ladefläche ne bitte nicht äh haut er irgendwas also ne kommt er irgendwie wenig muss man mal gucken wie wir da vorn müssen also wenn da keine 4 kubik drauf gehen auf diesen multen kipper der problemlos 15 kubik laden kann also dann ne das ist ne das geht nicht das ist dann doof nagnag so fahren wir hier schön außen rum das ist da auch mal was Landschaft bisschen genießen warum sind warum ist das so leise ist das bei dir leiser wie sonst kann gut möglich sein aber ich habe teilweise beim gabelstapler keinen sound oder verzögerten sound drück mal oben also drück mal an da drüben wo die kegel sind mhm 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 so füßleins ausfahren bist du abladen soll ich abladen oder du kannst abladen vorderweg schon mal dann dann kommt also so dumm mhm 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 sondern, äh, leider im Spiel. Das wär's ja noch. Ja, überprüfen Sie doch mal Ihre Rechnerkonfiguration. Hat er genug Power für das Spiel? So, mein Name hat er unseres Spieltags. Schön gönnisch. Naja, im Dorf ist es immer gemütlicher. So, vier, was hab ich schon abgeladen. Okay, ne Geräusche mehr bei Handbremse, nischt. Nö, ne, also irgendwie soundtechnisch ist mir auch gleich aufgefallen, ist da irgendwas komisch. Und, das wollen wir ja nicht. So, das ist schon mal anregend. So, das ist schon mal anregend. So, sind wir hier gerade? Jawohl. Und einmal schön zusammenklappen. Das gute Stück. Ach, das ist ein Traum. Und dann von der Baustelle vor. Ja, ja, muss ja erst mal zusammenklappen, Stützfüße einfahren. Und dann kannst du losgehen. So, ich bin, ich begebe mich gerade von der Baustelle. So, jetzt bin ich unten. So, irgendwas angezeigt. Ah, jetzt. Plus 22.000. Hab ich schon angegangen. Ich hab mir gelegt mit der Erde vom Kieswerk im markierten Bereich Baustelle. Hallo. Okay, aber meine Freunde, hier sind sie bis jetzt erst mal wieder fertig für den Part hier. Deswegen danke mir auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Oh.